Darf man sündigen, um eine gute Tat zu machen, weil man glaubt, viel damit erreichen? Nein, du darfst nicht. Zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, ja, sündigen. Eine Frau sagt, küss mich und ich nehme den Islam an. Dann küsst du sie? Hä? Na ja, küssen, kein Problem. A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Du darfst, es gibt eine Regel im Islam. Wenn du etwas halal machen willst, dann muss die Methodik und der Weg zu diesem halal sein. Wenn das haram ist und du willst halal erreichen, dann bleibt das haram. Möge Allah uns bewahren.